Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Wir schreiben den 1.10. Samstag den 1.10. Tag des Cafés anders als die anderen. Und wir sind schon mitten im Thema. Super, dass du wieder eingeschaltet hast, über den Tellerrand zu schauen. Und heute zeige ich dir, wie du langfristig dein Leben komplett verändern kannst. Dieses Video wird langfristig dein Leben komplett verändern, anders als die anderen. Schaust du nämlich gerade dieses Video, du triffst diese eine Entscheidung, um Erfolg zu haben. Und oft ist es nur eine Entscheidung, um Erfolg zu haben. Deswegen eines ganz, ganz wichtig. Anders als die anderen, jetzt meinen YouTube-Kanal abonnieren, damit du kein einziges Video mehr verpasst. Und lernst, wie du Schritt für Schritt für Schritt dein Leben veränderst. Heute live hier auf der ACHR 90 Richtung München. Wieder on Tour mit Kandiela Squad, Schmiede on Tour. Und somit unbedingt dranbleiben, Kanal abonnieren. Anders als die anderen, Schritt für Schritt für Schritt dein Leben verändern. Bis bald, dein Werner Schmid. Bis bald, deinem Kurz. Bis bald, dein Werner Schmid.